Hallo und herzlich willkommen zur Folge 30 von Approximation mit Fourier-Reihen. Wir haben uns beim letzten Mal angeguckt, dass Lemma von Riemann-Lebeck, dass für eine L1-Funktion das Fourier-Integral in Anführungsstrichen für größer werdendes Lambda verschwindet. Und ja, was wir jetzt quasi damit machen wollen, ist als erstes Mal so ein primitives Resultat zeigen zur punktweisen Konvergenz. Und daran müssen wir uns noch eine Schreibweise erinnern. Wir haben nämlich mal eingeführt, so ein F-Stern. Und bevor wir das machen, muss ich mal eben ganz kurz die Nummerierung hier nochmal öffentlich korrigieren. Denn wir sind natürlich in Kapitel 7. Ich habe deshalb Kapitel 9 hier geschrieben, weil das ursprünglich mal Kapitel 9 war, weil ich dachte, ich bräuchte noch ein bisschen Einschub über Sobolef-Räume. Brauche ich aber gar nicht. Dementsprechend sind das hier alles Abschnitt 7-Dinger. So, was jetzt kommt, ist zunächst die Erinnerung an Formel 3.1. Wenn wir schreiben F-Stern von T, dann meinen wir das arithmetische Mittel aus rechts- und linksseitigem Limes. Und zwar dieser 2P-periodischen Fortsetzung. So, und der jetzt folgende Satz, der verbindet jetzt nämlich genau diese Grenzwerte. Also wir nehmen uns jetzt eine Folge L1, eine Funktion in L1, Entschuldigung, und setzen voraus, dass an so einer Stelle T in R die einseitigen Grenzwerte T plus T minus von dieser Funktion F-Schlange existieren. Und dann müssen wir nur fordern, dass die beiden, ich sag mal, einseitigen Funktionen stetig, beziehungsweise L1 sind. Und dann konvergiert die Fourier-Reihe von F gegen dieses F-Stern, punktweise. Und das ist der sogenannte Satz von Dien. Hier jetzt Satz 7.3. So, konkret. Wir nehmen uns eine Funktion F in L1. Das ist der Raum der Äquivalenzklassen. Das kann man aber genauso gut für den Quotientenraum entsprechend... Das ist nicht der Raum der Äquivalenzklassen, aber das können wir prinzipiell auch für das normale L1 hinschreiben. Aber es gilt eben auch für das geschwungen L1, das heißt, wir nehmen es so. Und dann nehmen wir T aus R. So, dass eben F-Schlange T plus, F-Schlange T minus existieren. Dann brauchen wir noch diese zwei Funktionen, die quasi an der Null trennen. Also einmal S abgebildet auf F-Schlange T minus S minus F-Schlange T minus geteilt durch S. Das soll liegen in L1 von 0 bis Pi. Und S abgebildet auf F-Schlange von T minus S minus F-Schlange von T plus durch S. Das soll liegen in L1 von minus Pi bis 0. So. Kleiner Tippfehler im Skript. Dann gilt, dass die Fouillet-Reihe K minus unendlich bis unendlich F-Hut von K, E hoch minus IKS, oder IKT, dass das gleich ist F-Stern von T. So. Das ist die Aussage von Dean. Und vielleicht erinnert euch diese Voraussetzung, dass da irgendwie zwei Funktionen liegen, die in irgendwelchen Räumen zu Hause sind. Vielleicht erinnert das so ein bisschen an die Standardformulierung vom Satz von Fubini. Da haben wir ja auch so zwei partielle Funktionen, die jeweils eine Koordinate festhalten, die andere laufen lassen und die sollen dann halt eine gewisse Eigenschaft haben. So ähnlich ist das hier in diesem Konstrukt. Wir brauchen eben diese beiden Funktionen L1. Warum? Da sind wir gleich im Beweis. Die sind so gebaut, dass wir das halt hinschreiben dürfen. So. Um jetzt mit dem Beweis anzufangen, brauchen wir wieder die partiellen Foyer-Summen, weil wir wollen hier irgendwie eine Reihe auswählen. Das heißt, es ist meistens schlau, auf die Partialsummen runterzugehen. Also 2.3, das ist jetzt auch wieder mehr so eine Erinnerung. Sagte, okay, wir haben die Schreibweise Sn von FT, war gerade die abgebrochene Foyer-Entwicklung bis N. Also von minus N bis N, dann FHUD von K und dann EO minus IKT. Also das nur noch mal zur Erinnerung, dass wir hier so eine Darstellung hatten. Und die werden wir jetzt benutzen. So. Wir hatten für dieses Sn eine Darstellung über die Dirichle-Kerne hergeleitet. In Satz 2.5. Das sagte gerade, Sn von FT ist nichts anderes als 1 durch 2P mal das Integral minus Pi bis Pi, Dirichle-Kern T minus S, F von S. Und das hatten wir mit der Faltung aus 4,2, also DS fehlt, hatten wir mit der Faltung geschrieben als 1 durch 2P mal die Faltung von D, N und F, also D, N gefaltet auf F an der Stelle T. So, das war die Formel aus 2.5. So. Die Dirichle-Kerne waren gerade Funktionen. Und die Faltung ist eine kommutative Eigenschaft. Ja, das hatten wir postuliert, das hatten wir nicht hart bewiesen, weil das einfach nur nurseliges Ausrechnen und Substituieren ist. Aber mit diesen beiden Eigenschaften können wir jetzt dieses Integral aufspalten, und zwar von minus Pi bis 0 und von 0 bis Pi. So. Jetzt machen wir das aber nicht mit dem Sn selber, sondern wir machen das mit Sn minus F-Stern. Warum machen wir das, wenn wir zeigen können, dass diese Differenz gegen 0 geht? Ja, dann haben wir gewonnen, weil dann haben wir nämlich genau die Aussage. So, also wir betrachten uns mal. Sn von Ft minus F-Stern. So. Jetzt beginnt eine kleine Umformungskaskade. Wir trennen das auf von 0 bis Pi. Und dann kommt dazu irgendwas von minus Pi bis 0. So. Was passiert von 0 bis Pi? Na ja, da haben wir dann irgendwie F-Stern von T minus S. Minus F-Stern von T minus. Mal das dN von S. E-S quer. Und andererseits, wenn wir dann das drauf addieren, dann haben wir hier stehen F-Schlange von T minus. Minus F-Schlange von T plus. Ne, wenn wir uns jetzt von der positiven Seite annähern. Mal das dN von S. Na, da steckt jetzt kein doppelter Boden hinter. Das ist einfach nur einsetzen, ausrechnen. Mit der Eigenschaft, wie das Sn definiert ist und mit der Substitution. Ne, wie wir das gesagt haben. Die Faltung ist halt gerade kommutativ. Das heißt, wir dürfen das T minus S hier, ich muss es mit der Maus zeigen, dieses T minus S hier dürfen wir auf das F verteilen. Ne, also das heißt, wir dürfen hier auch sagen, das ist F gefaltet auf dN. So, damit kommt dann dieses T minus S und dieses T minus S zustande. Und das F-Schlange von T, was ja dieses arithmetische Mittel hier oben ist, dieses hier, das verteilen wir jetzt gerade eben entsprechend in diese Teile mit ein und teilen das Ganze dann an 0 auf. Das ist das, was hier passiert. Nichts Spannendes, nur ein bisschen kompakt aufgeschrieben. So, jetzt benutzen wir die Darstellung für die Dirichle-Kerne aus Lemma 2.3. Wir können das nämlich schreiben als so einen Bruch von Sinus. So, und das mache ich jetzt am besten mal wieder farbig. Also wir fangen mal mit, also es sind beides die gleichen Darstellungen, deswegen nehmen wir die gleiche Farbe. Das können wir schreiben als F-Schlange von T minus S minus F-Schlange von T minus geteilt durch, so und jetzt war das so ein Sinus von S halbe im Nenner und da müssen wir ausgleichen mit einem Sinus von 2N plus 1 mal S halbe und das ganze Ding DS. Das ist diese Darstellung des Dirichle-Kern. Könnt ihr nochmal in Lemma 2.3 nachgucken. So, und dazu kommt dann eben das Integral von minus Pi bis 0. Ich muss mich, glaube ich, mal für eine Integralschreibung entscheiden, ob oben oder neben die Grenzen. Aber das ist eine alles Schönheitsoperation. Und hier haben wir jetzt das T plus stehen und dann kommt hier unten genauso der Sinus S halbe hin und hier mal den Sinus von 2N plus 1 mal S halbe und das Ganze dann integriert nach S. So. Jetzt betrachten wir mal beide Summanden ich sag mal hintereinander weg. Wir fangen mal mit dem F-Schlange T minus S minus F-Schlange T minus durch Sinus an. Also Ziel des Ganzen ist es ja jetzt zu zeigen dieses Integral geht gegen 0 das heißt, wir müssen das jetzt auf irgendwas zurückschubsen was wir schon kennen. So. Jetzt haben wir aber gerade den dieses Lemma von Riemann-Lebeck bewiesen. So, das heißt wir wollen jetzt dieses Integral hier dieses F-Schlange blub, blub, blub mal Sinus in die Form bringen L1-Funktion mal E hoch minus IKS oder E hoch IKS ist bei K aus Z halt relativ egal. Und wenn wir das aber hinkriegen dann können wir Satz von Riemann-Lebeck anwenden und sagen okay, das Ding geht gegen 0. Und das ist jetzt die Herangehensweise. Also, so äh, S ist schauen wir uns das also mal an so, F-Schlange T-S minus F-Schlange T- durch Sinus S-Halbe so jetzt wollen wir uns das Leben hier erstmal ein bisschen einfacher indem wir sagen okay eigentlich ist uns hier unten der Sinus S-Halbe ein bisschen zu viel wir wollen eigentlich nur S-Halbe da stehen haben warum naja, dann kriege ich da irgendwas durch S raus so, warum will ich was durch S raus haben naja, wir haben doch Voraussetzungen die wir einbauen müssen wir haben diese stetig äh, diese L1-Eigenschaft dieser Abbildung so, und das heißt ich möchte hier sowas haben F-Schlange T-S-F-Schlange T-S durch S so, das heißt ich schubse das jetzt in die Form indem ich sage ich teile hier durch S-Halbe und ergänze hier oben direkt S-Halbe so, warum S-Halbe S-Halbe hat jetzt einfach nur den ästhetischen Vorteil dass ich hier schon Sinus S-Halbe stehen habe so, weil hier das 1,5 kann ich einfach rausziehen das ist 2 mal F-Schlange von T- da fehlt noch eine F-Schlange von T- ah, das ist 2 mal F-Schlange T- S-F-Schlange von T- so, und dann das Ganze durch S und was steht hier hinten hier steht 1 durch Sinus S-Halbe durch S-Halbe also Sinus X durch X so, und wenn ich das S gegen 0 schicke das ist ja das, was ich machen möchte dann bleibt das beschränkt weil eben der Sinus X durch X für X gegen 0 einen Grenzwert hat so wie können wir das jetzt verbinden mit dem Integral das wir schon haben also ich möchte hier nochmal hinschreiben das hier ist L1 das ist die Voraussetzung die uns noch fehlt von 0 bis Pi so, und das hier ist vom Typ 1 durch Sinus X durch X so, und das für X gegen 0 gegen was geht das mal gucken wir eben Sinus X durch X wenn ich 0 gegen 0 habe ist der klassische L'Halbe 0 durch 0 Situation das heißt wir leiten oben ab wir leiten unten ab ach, Lobital mein Gott zu Cosinus X durch 1 und wenn ich jetzt X gegen 0 laufen lasse dann komme ich hier auf 1 das heißt das geht gegen 1 für X gegen 0 so, das heißt dieser ganze Bruch hier geht gegen 1 wenn ich das S gegen 0 drücke und das ist genau die Eigenschaft die wir haben wollen es bleibt also beschränkt an dieser Stelle 0 und das ist das einzig Wichtige wenn wir gleich eine Integralabschätzung machen wollen so, wir schauen uns also an das Integral was uns interessiert von 0 bis Pi F Schlange T minus S minus F Schlange T minus durch Sinus S halbe das war ja das was wir oben hingeschrieben haben in der Map stehen mal Sinus von 2N plus 1 mal S halbe so das können wir jetzt umschubsen indem wir sagen okay nach Lemma 2,3 ist das nichts anderes als das Integral von 0 bis Pi F Schlange T minus S minus F Schlange T minus mal die Summe K gleich minus N bis N E hoch I K S wir schreiben es als E hoch minus I K S weil die Summe bleibt ja gleich hier hinten in D quer da oben D quer geschrieben hier natürlich auch D quer so das heißt wir ziehen jetzt diesen Dirichle Kern zurück in die Summe der E hoch I minus I K S und jetzt ist das eine endliche Summe das heißt wir dürfen tauschen so und zwar können wir die Summe erstmal hier vorziehen und dann haben wir hier drinnen stehen F Schlange von T minus S minus S Schlange von T minus und jetzt teilen wir das hier an der Stelle durch S und gleichen direkt wieder mit S aus und dann haben wir hier E hoch minus I K S D S quer so jetzt möchten wir die Summe rausziehen das dürfen wir aus sind endliche Summen das heißt uns ist egal ob dieses Integral konvergent ist und wie es konvergiert sondern endliche Summen dürfen wir mit dem Integral vertauschen das heißt wir dürfen hier einfach komplett nach außen ziehen und dann bleibt hier drinnen stehen F Schlange von T minus S minus F Schlange von T minus geteilt durch S mal S ich möchte das jetzt einfach nur so klammern dass man das gleich sieht mal E hoch minus I K S D quer so das hier ist das L1 nach Voraussetzung beziehungsweise nach dem was wir uns hier überlegt haben ich nenne das hier mal Stern das hier ist 0 L1 nach Überlegung Stern das hier das ist sowieso L1 das Integral kann man sehr leicht ausrechnen so das heißt effektiv haben wir hier eine L1 Funktion stehen nach Hölder so was heißt das ich habe hier eine L1 Funktion mal E hoch minus I K S und ich habe das Integral so wenn ich jetzt also das K hier gegen Unendlich schicke das K ist ja letzten Endes das was ich hier sozusagen laufen lassen möchte dann konvergiert das nach Riemann-Lebeck gegen 0 also das ganze Integral hier für K gegen Unendlich gegen 0 wegen Riemann-Lebeck also wegen 9,1 äh 7 mal so so jetzt ist aber das was uns interessiert eigentlich nicht K sondern N das heißt wir überlegen uns kurz wenn K gegen Unendlich geht ja dann bedeutet das in unserer Summe hier dass der Betrag von N gegen Unendlich geht wenn der Betrag von N gegen Unendlich geht geht aber auch N gegen Unendlich ja das heißt K gegen Unendlich heißt eigentlich nur wir lassen hier hinten das N gegen Unendlich gehen das heißt im Grenzwert N gegen Unendlich geht das ganze Ding hier gegen 0 weil die einzelnen Summanden gegen 0 gehen so das heißt was haben wir jetzt hier wir haben dieses Integral hier genommen und haben gezeigt das geht N gegen Unendlich gegen 0 so jetzt kann man sich leicht überlegen indem man analoge Rechnungen durchführt für hier Plus da muss man einfach nur über ein Plus hinsetzen da passiert jetzt gar nichts drin dass das hier eben analog für N gegen Unendlich auch gegen 0 geht analog zu unten so was heißt das also insgesamt insgesamt heißt das also die Differenz S N minus F Stern konvergiert gegen 0 ja das heißt insgesamt ups da noch ein Beweis das heißt insgesamt konvergiert mein S N von F T für N gegen Unendlich gegen F Stern von T so und das ist gerade die Behauptung weil was steht dann da jetzt da steht jetzt die Reihe oder die die partielle die Partialsumme der Fouillet-Reihe konvergiert gegen F Stern von T das ist aber nichts anderes als zu sagen die Reihe F Hut K von mal E hoch minus T ist gerade F Stern und damit sind wir an der Stelle dann fertig das ist der Satz von Dini als nächstes werden wir ein paar Folgerungen kennen und wenden die dann auch tatsächlich an und schließen dann Abschnitt 9 mit einem interessanten lokalen Satz den Donaten-Riemannschen Lokalisierungssatz der im Prinzip nichts anderes sagt als wenn zwei Funktionen in ihren Fouillet-Reihen beziehungsweise wenn zwei Funktionen schon auf einem kleinen Intervall übereinstimmen dann stimmen auch oder dann gehen im Grenzwert ihre Fouillet-Summen auch gegen Null in der Differenz also das heißt Fouillet-Reihen sind sozusagen eine lokale Eigenschaft das ist ja auch spannend in dem Sinne bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen wir sehen uns beim nächsten Mal wieder macht's gut bleibt gesund und tschüss bis zum nächsten Mal wieder